Mein Name ist Anthony Green, ich bin 26 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Kanalbauer. Ich bin bei der Firma Meier & Ionen und im zweiten Lehrjahr. Die Ausbildung dauert zwei Jahre für den Tiefbauvorarbeiter und dann noch mal ein weiteres Jahr für eine Spezialisierung wie Kanalbau zum Beispiel. Also im ersten Jahr verdient man schon so um die 400, 450 und im dritten Jahr verdient man dann 700, 600. Also die Hausaufgaben sind oft Ruhm machen oder Hilfsarbeiten oder man müsste auch mal öfters mal was anmischen, wenn man mit dem Endbrauch. Und ja, halt auch kleinere Aufgaben am Anfang. Später kennt man dann halt mehr, wenn man mehr gelernt hat. Die Arbeitszeiten sind von 7 bis 16 Uhr. Also man sollte schon handwerksliches Geschick haben und auch ziemlich Ausdauer, denke ich mal, und auch körperliche Kraft. Und ja, es gibt auch Arbeitsuniformen, die man dann anziehen muss, wie Schuhe, Hosen, Helm, Handschuhe. Man darf ein Kopftuch tragen während der Arbeitszeit. Man kann dann auch ein Polier machen oder zum Vorarbeiter und da muss man auch noch mal eine Extraschulung für machen. Man kann dann auch einen Polier machen oder zum Vorarbeiter und da muss man auch noch mal eine Extraschulung für machen. Man kann dann auch noch ein Polier machen oder zum Vorarbeiter und da muss man mal eine Extraschulung für machen. Vielen Dank.